so meine lieben freunde willkommen zurück zu einem neuen video und zwar das banking system auf einem daisy server was hat es für vorteile ihr müsst mit euren wert sachen oder ihr müsst mit dem geld nicht mehr umherlaufen trader war ja schon schön man konnte items eintauschen gegen geld und jetzt ist es natürlich noch umso wichtiger dass dieses geld auch irgendwo aufbewahrt wird wo sicher ist und das ist natürlich in einem bank system und immer wenn ihr geld benötigt beim trader egal wo ihr den installiert habt könnt ihr automaten aufstellen und ihr seht es hier schon anhand des bildes in verschiedenen formen farben form nicht form ist immer gleich atm ist auch immer drauf aber in verschiedenen farben könnt ihr die sachen aufstellen das ist natürlich ein bisschen komplexer diese mod ihr müsst sie erst mal ganz normal abonnieren wie auch die normalen mods auch und jetzt seht ihr schon habt ihr hier ein paar ja skript züge oder skript texte hier geht es um das geld die einheiten hier geht es um den admin hier geht es um die class names also hier die bezeichnung der bankautomaten wo sie beim green mountain mit der position aufgestellt werden ist hier für kommuner das ist hier alles aufgelistet starry könnt ihr noch einen aufstellen klein könnt ihr einen aufstellen es ist auf jeden fall hier alles beschrieben und unter beliebte diskussionen seht ihr hier noch mal add to trader objects also was ihr genau einfügen sollt das sind dann so die sachen die man sich raus kopieren kann wir gehen jetzt einfach mal in unsere trader objects also das hochladen muss ich euch jetzt denke ich nicht mehr zeigen ihr abonniert das ganze ihr habt das dann in eurem daisy launcher unter mods da ist denn das banking system hinterlegt so wie hier jetzt und also dementsprechend hier im verzeichnis im installations verzeichnis und der daisy ausrufezeichen workshop da sind die ganzen modifikation hinterlegt modifikation erkennt man daran dass ein symbol hin also davor ist und ihr kopiert ist dann einfach von links nach rechts also links ist das was ihr auf dem pc hat rechts ist das was ihr auf dem daisy standalone server hat so es ist auch wieder das gleiche spiel ihr kopiert es rüber es liegt dann hier drin das ist ja jetzt unser test server deswegen liegt das natürlich nicht hier drin aber ihr kopiert es rüber es liegt dann hier so drin es müssen die keys ausgetauscht werden und unter configs seht ihr dann als beispiel im moment dazu muss ich mal einmal ganz kurz in den haupt server rein weil da haben wir es drauf auf dem auf dem test server jetzt nicht auf dem haupt server liegt dann unter config ein ordner von banking der heißt auch die sie unterstrich banking und dort befindet sich ein ordner der heißt player database und banking config ist dort drunter da kann man noch ein paar gewisse sachen abändern in den ordner player database befindet sich eine riesen liste das sind alles mal leute die sich angemeldet haben auf diesem server und da befindet sich dann ich kann das hier einmal ganz kurz einblenden spiel die liste mal durch das sind die sachen das sind spieler die da drauf gejoint sind das sind spieler die geld bekommen haben wenn man das nämlich hinterlegt kann man sagen du jeder spieler bekommt so und so viel geld dafür ziehen wir uns das banking konfig einmal rüber also der installationsprozess ist der gleiche ich wiederhole nochmal abonnieren abonnieren mit file ziller in euer verzeichnis laden wenn ihr nicht wisst wie das funktioniert schaut euch einfach ein paar vorherige videos an da wird das genau aufgezeigt dann wieder ganz normal einfach nur den key einbinden es befinden sich auch keine weiteren unterordner nach der installation auf den server join einfach wieder runter gehen und gucken in konfig also daisy stand alone konfig findet ihr dann dc banking und da könnt ihr euch denn das banking konfig raus ziehen das ganze kann man dann öffnen mit notepad plus plus könnt ihr ja wie gesagt hier in der video beschreibung runterladen und ihr seht es schon wir haben das anfangs gehalt auf 1500 rubel gestellt dass man sozusagen ein bisschen was hat um sich was zu essen und zu trinken zu kaufen und das maximum sind hat 5 millionen also hier ist nicht viel drin hier stellt man einfach nur ein unter dieser zeile wie viel jeder spieler beim start erhält so dann wenn ihr weiter installiert dann muss dieses damit die automaten aufgelistet werden müsst ihr natürlich in den ordner konfig wieder unter trader und unter trader habt ihr trader konfig text trader object tracks und die ob objekts die müsst ihr euch rausziehen so die legen wir hier rein objekte aufrufen und ihr habt ihr schon gesehen hier wird ja angezeigt ihr sollt das hier einfügen also add to trader objects einfügen so hier green mountain haben wir gewisse trader marker komürner haben wir gewisse trader marker die halt angezeigt werden und jetzt kommen die objekte ihr seht es beim green mountain steht survivor f irena das ist der class name und die hat dann die und die und die sachen an hier steht survivor heiko oder kaiko seht taiki prida peter so dann haben wir noch die objekte wie container also seht ihr ja sind land misc die toilette power station red cone oder road cone und hier unten seht ihr schon haben wir zwei automaten und genau hier fügt ihr sie an einfach unten anbinden das sind nämlich die beiden automaten vom green mountain dc banking atm red die sind beide in rot das sind die koordinaten und wenn ihr mal seht 3 7 0 6.7 dieselbe koordinate wie hier 3 7 0 naja hier ist es 4 also hier gibt es ganz ganz kleine abweichung aber ihr könnt dann einfach das bild anhalten und nehmt meine koordinaten hier 3 7 0 6.7 402.012 und 5 9 8 4.86 für den ersten automaten zweiter automat 3 7 0 4 ach nee hier ist das mit 3 7 0 4 7 aber 3 7 0 6 ist das hier auch ja genau hier ich habe mich nur verguckt also das sind wirklich das kann man eins zu eins raus kopieren das sind nämlich genau diese koordinaten dafür das ist im trader auf green mountain ne hier drauf achten oben slash slash green mountain das ist da eingeführt dann müsst ihr das ganze natürlich noch in kumürner einfügen da haben wir auch wieder survivor dann kommen die ganzen objekte und unten angeheftet habe ich die beiden hier sind sie auch schon wieder die beiden banking automaten genauso eingeben das sind auch hier ihr seht es 8 3 6 0 8 3 5 0 das sind nämlich diese hier 8 3 6 0 8 3 5 0 und diese beiden hier sind wahrscheinlich für starry und clan aber habe ich nicht gemacht brauche ich nicht da muss in der stadt muss nichts stehen das haben wir jetzt nur beim trader da wird man das geld nämlich 1 zu 1 tauschen das ganze speichert ihr ab und ladet es wieder ganz normal unter dem Installationsverzeichnis von daisy standalone auf eurem server unter ordner config unter ordner trader und dann habt ihr das ganze dort drin wie man die trader config überarbeitet wie man autos einbindet die vehikel parts ändert dass man die sachen dann auch komplett kaufen kann und nicht nur den rolling das habe ich euch im video zuvor gezeigt wie gesagt das banking system ganz ganz einfach wenn ihr dann und das zeige ich euch auch einmal ganz kurz wenn ihr dann irgendeinem spieler etwas geben wollt dann geht ihr in auch wieder daisy standalone auf eurem server unter verzeichnis config unter verzeichnis dc banking unter verzeichnis player database aus datenschutzrechtlichen gründen ziehe ich jetzt eine datei rein die ich aber verpixeln werde oder anders gesagt um mir das zu ersparen weil ihr werdet es verpixelt auch nicht sehen werde mal gucken ich öffne mal einfach mal eins ich werde ich werde das anders machen ich werde euch eine gefakte zeigen so ich habe jetzt eine runtergeladen aus der player database findet ihr einfach dem fad folgen daisy standalone unterordner config unterordner dc banking unterordner player database da sind alle spieler drin die sich auf eurem server angemeldet haben weil dem wird ja gut geschrieben was sie auch kriegen diese 1500 mit dem also sie werden beim login sofort mit dem banking verbunden ich habe jetzt eine fake das habe ich einfach das ist eine erfundene zahl die habe ich eingegeben wir öffnen das ganze im notepad so sieht das dann aus hier oben ist normalerweise eine zahl drin ich habe das jetzt mit buchstaben ergänzt und mustermann da steht natürlich der name so wie er sich auf eurem server angemeldet hat das ist der betrag den er gerade auf seinem banking hat das könnt ihr sogar wenn ihr wollt anpassen wenn irgendwas cooles getan hat wenn er nett war wenn ihr ihm irgendwas schenken wollt dann könnt ihr sogar sagen pass mal auf du kriegst sogar 10.000 dazu speichert das ab und fahrt das genau in den ordner player database wieder zurück so so einfach funktioniert das ganze leider heute nicht viel gezeigt im bildlichen sinne aus datenschutzrechtlichen gründen weil da viele spieler bei sind mit namen und steam id und co das wollen wir auch nicht zeigen deswegen haben wir das hier jetzt gefakt und auch ein bisschen ja nicht so bildlich dargestellt wie sonst entschuldigt das bitte an dieser stelle solltet ihr probleme haben bei der installation so meldet euch ansonsten wirklich ganz einfach wie beschrieben durchführen und ihr habt das banking drauf voraussetzung für das banking ist natürlich dass ihr den trader installiert habt wie das funktioniert seht ihr in einem der vorherigen videos auch davon haben wir schon ein video gemacht wenn es euch geholfen hat dann lasst bitte ein däumchen nach oben da wenn ihr mehr wissen wollt schreibt einfach mal in die kommentare was ich tutorial mäßig noch zeigen soll oder vielleicht auch tipps und tricks mäßig oder anfänger guide mäßig was das mache ich dann gerne für euch ansonsten würde ich mich natürlich über ein abo freuen und damit ihr auf dem laufenden bleibt und immer aktuell informiert seid vergesst das glöckchen nicht zu aktivieren ich sage danke fürs einschalten und bis zum nächsten mal aber auch noch mal called und ich mit